Die Abgabefristen für die Steuererklärung 2020 werden wegen der Corona-Krise laut einem Bericht des Handelsblattes verlängert. Steuerpflichtige sollen ihre Steuererklärung demnach frühestens am 31. Oktober dieses Jahres abgeben müssen. Wer auf die Hilfe eines Steuerberaters zurückgreift, bekommt eine Verlängerung bis zum 31. Mai 2022. Untertitelung des ZDF für funk, 2017